Hier sieht es ja auch lustig aus. Nur anklappen, mehr nicht. Rauschen hat Angst. Ja, das ist jetzt Richtung Frankfurt. Über uns weg. Über uns weg. Ich war nur auf der anderen Seite. Das ist Richtung Frankfurt. Hier auch. Das tut es auch ganz schön. Das tut es auch ganz schön. Ja, das hatten wir wirklich selten. Und wenn es von der Seite kommt, rechts, Richtung Vogelsberg, Fulda, da wird es immer heftig. Aber wer weiß wohl, wo dieser kleine Harleke noch umgegangen ist. Das sah so aus, als wenn sich da was blühten wollte. Was war denn das? Der hat jetzt mal gegrüßt. Und da machen wir mal ein bisschen zu. Jetzt sehen wir mal echt heftig. Im Radio mittlerweile. Da hörst du, wie es kratzt. Von 200 Kilometer. Von 200 Kilometer. Ja, ist das schon. Na ja, ich hab mir wirklich heftig. Da war ja hier ganz in der Nähe irgendwo eingeschlagen. Ja, das ist das, wo die Kaltfront auf die Warmenfront trifft. Von 100 Kilometer. Von 100 Kilometer kommen die Gelder. Feuchte. Und da vom Süden die Wärme. Ja. Und das trifft dann zusammen. Und dann... Ja, boah, echt heftig. Das ist meistens so. Wenn ein langer Geblitz kommt, dann lädt sich das auf und dann kracht. Es ziert nach Frankfurt. Ja, ganz gut. Oh! Ja, das ist auch ziemlich groß. Aber da gießen sie sich wieder gefreut an. Da macht es auch im Ordentlichen. Da war ja auch schon ein Tornado. Na, da hat man so ein Limmel gekommt. Herab, geflattert, geplautet, gekracht, gelichtet. Komm, zeig dich. Zeige dich, zeige dich, zeige dich, zeige dich. Weiter hin. Komm, komm, komm. 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 Komm. Komm, komm. Das war's für heute. Das war ich, mit der Kamera gegen die Scheibe. Aber alles aus Versehen, nur einmal Absicht, falls ich es erklärte. Oh, was kommt von draußen rein, hola hi, hola ho, das wird immer äterner sein, hola hi ho. Wolken hin und wolken her, wolken hin, wolke her. Der Nachbar schaut auch zu, hat die Fahne rein geholt, ist ja besser so, sonst fliegt sofort. Hat sich noch nicht ausgemuckt. Hat sich noch nicht ausgemuckt. So, jetzt ist es Richtung Frankfurt. Jetzt, Volker, jetzt kannst du dich freuen. Ja, blieb sie das ganz schön. Jetzt hast du was vom Gewitter, vom Wägen. Bei uns gibt es keine Gewitter. Sogar Tornadus. Nur heute hat er keine Zeit gehabt, sich zu bilden. Kam Bock, es war nicht zu kalt oder zu warm. Weiß man sich. Nur ein Schleckle hat es gemacht. Ein Schleckle, ein richtig ordentliches Schleckle. Das war hier irgendwo noch näher. Es krollt, es krollt. Es krollt immer nach. Da hat sich ja was zusammengebraut. Eine Wolke. Eine große hat sich zusammengetan. Der war schön. Der war gut. Das war Richtung Frankfurt. Richtung Volker. Hörst du, Volker? Wie ist der Hunde, Herr Rott? Ja, das war genau das, wo ich sagte. Die große Wolke da. Die sich das zusammengetan hat. Dann folgt auch gleich die 2. Wie oft komme ich noch an die Scheibe? Ja, das kreiselt, so über uns her. Das kreiselt. Ja, die haben Rollläden über ihre Dachschrägen. Das ist auch besser. Wir haben halt die Tür drüber gesch... Geschrägt, hätte ich fast gesagt. Ich bin drüber gespannt. Auf die Schräge das geht. Putsch, putsch. Auto. Auto. Ja, es beruhigt sich. Es beruhigt sich. Wir können das Himmelsdeale etwas einstellen. Oder? Gucken wir nochmal auf die andere Seite. Okay. Rauschen sie zwei Lichts. Brauchen wir jucken. Gucken, gucken, gucken. Na ja. Schaut doch schon ganz ordentlich aus. Und hallo. Oh ja, dann wird es abgehen. Aber hier lockert es sich schon langsam auf. Okay.